Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Manuel Weilbach, ich bin Oberarzt in der Klinik für Nephrologie und Rheumatologie. Ich mache hier in der Klinik die Kardiorenale Sprechstunde und ich freue mich zum Weltnierentag am 11.03.2021 in einen kleinen Vortrag zum Kardiorenalen Syndrom geben zu können. Der Vortrag soll lauten, das Herz ist krank und die Niere leidet und wir wollen in den nächsten fünf Minuten einmal besprechen, wie Herz- und Nierenfunktionen sich gegenseitig beeinflussen können. Das Kardiorenale Syndrom beschreibt ein komplexes Zusammenspiel zwischen Herz und Niere. Es ist hier ein Teufelskreis, den Sie sehen auf der rechten Seite. Das schwache Herz beeinträchtigt die Niere und auch andersrum. Das Problem ist, dass optimale Therapieempfehlungen bisher nicht existieren. Regelmäßige Kontrollen sind wichtig und ein individuelles Vorgehen bei den Patienten. Der Rückgang der Nierenfunktion hat weitreichende gesundheitliche Folgen. Es führt so zum Beispiel zur Alterung des Herzens und des Gefäßsystems. Wir sehen hier auf der rechten Seite einmal das Zusammenspiel zwischen Herz und Niere, einmal abgebildet. Und das Wesentliche, was ich Ihnen zeigen will, ist, wenn die Herzfunktion abnimmt, haben wir einen Vorwärtsversagen. Das kann man sich noch ganz gut vorstellen, dass die Pumpleistung des Herzens zurückgeht, was einen negativen Einfluss hat auf die Nierenfunktion, auf die Durchblutung der Niere. Aber auch ein Rückstau vom Herzen hin zur Niere, der venöse Abstrom ist beeinträchtigt, schädigt dann auch die Nierenfunktion. Und auch die Niere, wenn die nicht mehr funktioniert, führt schlussendlich zu einer vermehrten Salz- und auch Wasserretention, was die Herzfunktion wieder verschlechtert. Also Sie sehen, hier liegt ein komplexes Zusammenspiel zwischen Herz- und Nierenfunktion vor. Wir machen in der Klinik, haben wir verschiedene Fachabteilungen, die hier notwendig sind, um zusammenzuarbeiten für die Diagnose des Kardiorenalen Syndroms, also Verschlechterung der Herz- oder Nierenfunktion bei der Verschlechterung des anderen Organs, werden sowohl Kardiologen als auch Nephrologen und zum Teil sogar Intensivmediziner gefordert, um die Diagnose zu stellen. Zur Diagnose der Niereninsuffizienz brauchen wir natürlich den Nephrologen und auch den Kardiologen zur Diagnose der Herzinsuffizienz. Und diese drei Fachdisziplinen müssen koordiniert aneinandergreifen, um das diagnostische Vorgehen bei den Patienten zu optimieren. Ich möchte aber nun zunächst einmal auf die Aufgaben des Nephrologen oder der Nephrologie hier hindeuten. Wir Nephrologen haben verschiedene Gruppen an Aufgaben. Wir kümmern uns zum einen um die Beseitigung reversibler Faktoren, wir gucken nach Grunderkrankungen, gucken, welche eine Grunderkrankung in der Niere vorliegt, wir gucken auf den Flüssigkeitsstatus, wir schauen uns Medikamente an, optimieren Medikamente, passen das an die Nierenfunktion an und schauen an, welche Medikamente die Nierenfunktion beeinträchtigen und natürlich nach Infektionen und Harnaufstau. Dann schauen wir nach allgemeinen Progressionsfaktoren, zu Faktoren, die die Nieren- und Herzfunktion verschlechtern, Blutdruck, Blutfette, Blutzucker und auch das Rauchen, was Sie alle sicherlich kennen und wissen, dass das allgemein schädlich ist. Und dann gucken wir nach Begleiterkrankungen, die durch eine eingeschränkte Nierenfunktion auftreten. Das werden Sie sicherlich nicht alles wissen, aber die Nebenschilddrüse in diesem Funktionskreis auch in einer eingeschränkten Nierenfunktion eine Rolle spielt. Die Blutarmut, die Anämie, die Übersäuerung des Blutes und noch weitere. Und dann, speziell nephrologisch, wenn die Nierenfunktion doch schon deutlich zum Erliegen kommt, müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir die Niere ersetzen durch sogenannte Nierenersatztherapien. Und da spielt neben der klassischen Hämodialyse auch die Bauchfell-Dialyse eine Rolle und auch die Transplantation. Also wir Nephrologen gucken nach weiteren Ursachen für die Nierenschwäche. Wir optimieren die Medikation. Gegebenenfalls setzen wir auch Medikamente ein, die durch die Nierenschwäche dann gebraucht werden. Und auch die Nierenersatzverfahren schauen wir uns an. Zum therapeutischen Vorgehen möchte ich gar nicht so tief reingehen, aber Sie sehen, dass zum kardioirinalen Syndrom dann auch eine medikamentöse Therapie der Herzenssuffizienz notwendig ist. Eine optimierten, wasserausscheidenden Therapie, die diuretischen Therapie, dass man die Trinkmenge gegebenenfalls beschränken muss, weil doch zu viel an Wasser bei diesem Krankheitsbild häufig vorliegt und schlussendlich auch Nierenersatztherapien gebraucht werden, um die Nieren- und Herzfunktionen zu stabilisieren, um ein Fortschreiten der Erkrankung zu minimieren, um die Reduktion einer stationären Aufnahme herbeizuführen und für Sie als Patienten dann auch die Lebensqualität dann zu verbessern. Und das können wir alles erreichen durch eine leitliniengerechte Herzenssuffizienztherapie. Und einer diuretischen Therapie, was dann die Prognose für diese Patienten verbessern kann. Und wichtig ist auch noch zu wissen, dass eine gleichzeitig bestehende Nierenschwäche bei einer Herzschwäche auch dazu führen kann, dass die optimale Medikation nicht mehr gegeben werden kann. So zum Beispiel können schwere Elektrolytstörungen wie eine Hyperkaliämie vorliegen und da haben wir neue Medikamente, die auch diese Elektrolytstörungen durch zum Beispiel orale Kaliumbinder dann verbessern können, sodass auch die beste Herzinsuffizienzmedikation auch weitergeführt werden kann. Und wir haben auch neue Therapieoptionen, die jetzt aktuell in die Klinik Einzug finden. Ich möchte Ihnen auch noch mal kurz zeigen. Zum einen ist es ein Medikament in Klasse die SGLT2-Inhibitoren, die zunächst bei Patienten mit Diabetes mellitus untersucht wurden. Und wir wissen jetzt, dass diese Medikamente auch bei Patienten mit Herz- und Nierenerkrankungen zu einer Prognoseverbesserung beitragen. Ich möchte das nicht vertiefen, aber Sie sehen hier aus einer Publikation, die recht neu ist aus dem New England Journal, dass diese blaue Linie, wo dieses Medikament eingesetzt ist, zu weniger Auftreten von Nierenfunktionsverschlechterungen und Todesfällen geführt hat, als wenn man ein Placebo gegeben hat. Und diese Medikamente kommen gerade bei diesen Herz- und Nierenkrankenpatienten zunehmend in Frage und setzen wir dann auch zunehmend ein. Und eine zweite Medikamentengruppe, die jetzt auch ganz neu, sehen Sie hier 2020, Ende 2020 publiziert wurde, ist ein Aldosteron-Antagonisten, neuer, der auch bei Patienten mit Herz- und Nierenerkrankungen zu einer Verbesserung der Prognose beiträgt. Und diese Medikamente setzen wir dann auch regelhaft in der Klinik in Zukunft sicherlich ein. Eine Sache noch, Kontrollen sind wichtig. Das ist bei Patienten einmal untersucht worden, die im Krankenhaus waren und kardial dekompensiert waren. Und man hat untersucht, ob die eine engmaschige Kontrolle oder ein bisschen liberale Kontrolle hatten und welche Auswirkungen das hatte. Und wenn man die Patienten fachärztlich nachkontrolliert hat, so wie wir das bei uns in der Klinik auch machen, so konnte man eine Reduktion der Sterblichkeit und auch der Wiederaufnahme ins Krankenhaus reduzieren. Und das können wir hier in der Universitätsmedizin Göttingen auch gewährleisten, interdisziplinär, dass wir solche Patienten optimiert dann nachbetreuen. Wir haben ein Herz- und Nieren-Team gegründet, wo wir eine kardio-renale Sprechstunde anbieten. Wir machen kardio-renalen Ultraschall und Studien zum kardio-renalen Syndrom. Und das durch die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Kliniken Kardiologie und Nephrologie hier im Herzzentrum. Zusammenfassend kann man also sagen, das kardio-renale Syndrom beschreibt Krankheitszustände, bei denen Herz- und Nierenfunktionen sich gegenseitig beeinflussen. Eine Kooperation zwischen Fachabteilungen wichtig ist, wie häufig es mit Begleiterkrankungen zu tun haben, die wir behandeln und diagnostizieren müssen. Wir müssen die Medikamente optimiert einsetzen und haben jetzt auch neue Medikamente, die hoffnungsvolle Ansätze bieten, um die Prognose bei den Patienten zu verbessern. Und es besteht in diesem kardio-renalen Syndrom noch ein hoher Forschungsbedarf und eine engmaschige Kontrolle ist wichtig, wie ich Ihnen gezeigt habe, was wir hier in der kardio-renalen Ambulanz dann auch bieten können. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Nierentag und unserer Vortragsreihe und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an unsere kardio-renale Sprechstunde wenden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.